Hallo und Willkommen zurück, hier im Trautneim der Gemütlichkeit und der guten Laune mit den lustigen Wackelfreunden. Ey, dieser Frohsenberg, der hat mich gerade so aufgeregt. Der hat mich so aufgeregt, ey. Ich war so... Das ergibt keinen Frohsinn mehr, ey. Das ist echt ein Trauerspiel. War ich wutentbrannt. Ey, wie oft ich gestorben bin, einfach nur an den letzten Folgen, weil ich auch keine Rüstung hab. Die ganze Zeit richtig fetter auf die Fresse kriege ich immer nur die ganze Zeit. Voll auf die Fresse. Immer auf die Fresse. Immer auf die Fresse. Immer in die Fresse rein. Immer in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Ach krass, wir kommen jetzt in einen riesen Turm. Wie geil. Alter, das sieht so geil aus. Oh, wir müssen nachher runterspringen. Stimmt ja. Nein. Ich fürchte, wir müssen nach... Aua. Aua. Ey, das war mal ein Knöchel. Ach geil, hier ist die Storage. Cool. Nein, geil. Wir können es doch nochmal ausrüsten. Danke, lieber Gott. Ich hab das Gefühl, wir sind im Neta gelandet. Kann das sein? Alter, weißt du was? Ich hol mir jetzt erstmal diesen supergeilen Special Helmet. Den supergeilen Special Helmet. Dö, 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 dö. Huch. Dö, dö, dö. Wie schön. Hä? Ach, ich hab da gar keine Seide da oben. Endlich wieder Ausrüstung, ey. Sorry, Leute, dafür, dass ich so gefällt hab. Aber ihr wisst ja... Ah, wir können ja auch wieder handeln. Na, Gott sei Dank. Ja, deswegen hab ich den Special Helmet gekriegt. Zu Rang der Heilung können wir auch kriegen. Ich hab nur so beschissene Kackschuhe, ey. Das Modell ist doch schon seit letztem Sommer völlig out. Was bietet der denn an? So, ich hör mal ein paar Tränke der Heilung. Ich glaub, diesmal machen die sogar Sinn. Das Blöde ist nur, dass das Trinken immer so lange dauert. Und dann schlubberst du dich an denen fest. Und dann bist du in der Zeit eh schon tot. Ja, ich weiß genau, was du meinst. So, Tränke der Heilung. Tränke der Heilung. Tränke der Heilung. Aber wer gibt dir eigentlich für zwei verrottetes Fleisch? Wer ist so blöd und gibt dir dafür ein nettes, leckeres Steak? Kannst du mir das mal verraten? Ach, das sind ja verzweifelte Dorfbewohner. Irgendwie das? Ich glaube ja. Jetzt noch mal reden, Scheiß, ey. So, warte, warte, warte. Was kann ich hier mal ablegen jetzt? Die Knochen kann ich wieder ablegen. Das Buch brauch ich nicht mehr. Kohle hab ich. Das Buch kann ich ja einfach mal hier... Kommt in die Ecke. Und dann lege ich mir hier nochmal lieber einen Trank hin. Kohle, 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 Kohle. Lass ich mal lieber im Inventar. Und hier mach ich mal dann noch Tränke der Heilung. Was hab ich denn da sonst noch? Tränke der Regeneration. War vielleicht auch nicht schlecht. Ich hab Tränen vom Endermann. Oh, hat er gar nicht. Weil ich am Ende, Mann. Ich bin am Ende, Mann. Ich bin am Ende, Mann. Und jetzt kommt Dende, Mann. Ach, den kennen ja nur noch die wenigsten. Boah, was ist denn so eine Sünde eigentlich, dass man den nicht kennt? So, also ich bin jetzt voll... Willst du ein bisschen Magma-Creme? Hilft die gegen Pickel? Ey, ich brauch immer noch Schuhe eigentlich. Und eine Hose nehm ich mir nochmal mit. Warte, warte. Ich guck mal ganz kurz, ob ich noch Schuhe in die Kiste habe. Warte mal. Ich hab alles, nur keine Schuhe. Ich hab... Ach doch, ich hab Schuhe mit... Warte, ich geb dir mal zwei Paar Schuhe. Hier, guck mal. Komm mal her. Warte, warte, warte. Ich nehm mir grad noch was Ersatz, Christo, mit. Was sollst du vielleicht auch machen? Ersatz was? Rüstung? Ja. Also meine geht eigentlich noch. Helm nehm ich vielleicht mal einen neuen mit. Ich kauf mir einfach einen neuen Helm. Was soll der, Geiz? Hab ich Gold mit? Ja, ich hab eigentlich auch noch einen Golden Nugget. Komm, da hol ich mir auch noch einen auf Reserve. Obwohl, ne, mein Helm ist ja total super am Start noch. So, ich hab da... Hose hab ich noch eine, jetzt am Start. Mode-Kais-Visage. Hast du leckere Schuhe auf den Boden geworfen? Ne, ne, hier, hier. Warte, warte, warte. Ich hab hier ein paar, das ist aber leider nicht mehr so gut erhalten. Und falls das kaputt geht, hab ich hier noch ein paar. Warte. Nein, danke schön. Das ist aber sehr freundlich. Selbstredend. So. Hast du auch nur so Kack-Schuhe, ne? Ja, leider ja. Die Schuhe sind ja so ein bisschen Mangelware. Du hast die anderen Schuhe selber wieder aufgehoben, glaub ich. Oh ja, sehe ich gerade. Warte. Hier, bitte. Sind das auch diese Dreier-Schuhe? Ne, das sind gute Schuhe, aber leider nicht sonderlich gut haltbar. Ja. So, den Barren lass ich mal hier. Schön als Modell. So. So, Helm hab ich vorsichtshalber mit. Komm, jetzt lass mal die Schlacht wieder. Boah, jetzt bin ich endlich mal wieder ausgerüstet. Danke, lieber Gott. Keine Ursache. So, Bossfight. Ach, unknown. Ja, Entschuldigung. Achso, ich hab... Alter, das ist der Endkampf. It's the endfight. It's the unknown, Boss. It's the me. The endfight. Mario. Alter. Ja, Quadratköpfe. Alter, Schatten greifen an. Und zwar gar nicht mehr so schlechthilfe. It's the shadow. Huch. Alter, was trifft dich denn da? Ach, Alter, ich glaube, ich wurde vom Schatten befallen und... Ja, klar. Ach, krass. Jetzt krieg ich die ganze Zeit... Ich krieg die ganze Zeit Damage. Okay, ich muss auf den Knopf drücken. Dann drück ich da hinten mal auf... Boah. Geht da was auf? Dahinten ist nämlich auch noch ein Knopf. Ja, komm, Shadow. Okay, ich drück da hinten auch mal auf den Knopf. Scheiße. Alter, hier kommen gleich zwei Shadows. Ah, hier auch. Ich dachte, ich hätte nur Schatten, der mich verprügelt. Aber es war Shadow Man. Der gute Alter. Shadow Man. Shadow Man. Alter! Shadow Man. Shadow Man. Ich bin schon gestorben. Du kriegst auf die Fresse, die Bebein. Ich... Boah, ich hab so viel... Ich halte jetzt so viel aus. Das ist der Wahnsinn, ey. Kenn ich gar nicht mehr. Hä? Ich raff noch nicht ganz, was wir hier machen müssen. The Dream World is open. Use the Altar. Wir müssen zum Altar. Oh. Wo ist denn der Altar? Hey. Alter. Alter, wo ist der Altar? Alter, hier ist der Altar. Hier unten vielleicht? Ich fighte so lange weiter, während du den Altar suchst. The Dream World is open. Oh, use the Altar. Alter, wo ist denn die Dream... Hier, das ist doch der Altar. Äh. Kein Altar. Alter, ist doch kein Altar. Ich bin tot. Mann. In deinem Altar. Solltest du das echt besser wissen, wo der Altar ist. Als ich noch in deinem Altar war. Bin ich doof? Ja. Müssten wir vielleicht zusammen? Nee, das kann ja gar nicht sein, dass wir zusammen... Ja, aber wo soll der denn sein? Der Altar. Irgendwas geht da auf, wenn ich den Knopf drücke und gehe wieder zu, wenn ich es lasse. Warte mal, dann müssen wir vielleicht echt klar zeigen gleich. Okay, probieren wir es. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Tatsächlich. Krass. Dabei soll ich es doch auch alleine spielen. Sido, Sido is back. Ja, das wird nicht funktionieren alleine. Also, das wäre ein bisschen problematisch. Da unten ist ein Wachtturm. Da ist Sido wieder. Ich dachte, der will endlich schlafen, aber nein. Ach, Alter, da unten sind wieder kleine... Gute leid, Sido. Da unten sind wieder kleine Glübel. Da ist Sido nochmal in echt. Meta Paffay. Nee, der hat so einen lustigen Namen. Äh, Klaus-Jürgen Wussone. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Die sind so lustige Altäre. Aber die Community sagt es mir bestimmt, wie Sido in Wirklichkeit heißt. Ich glaube, wir müssen hier auch runter den Wasser fallen. Also, du hast ja auch so einen lustigen Namen mit Gregor Onk, dein echter Name. Das stimmt. Aber so lustig ist der... Ich komme! Boah! Alter! Der Wichse hat mich da runtergeschossen. Da hinter dir, Bogenschützen. Das ist ja allerhand. Eine Meerjungfrau am Strand, das ist ja allerhand. Alter, die schießt mich einfach links und rechts weg. Alter! Ja. Wir verforieren unsere Nase. Alter, ich kriege richtig auf die Mütze aus dem Mathe. Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Alter, ich werde hier rum wie so ein Pingfong bei... Äh, wie beim Tischtennis hier. Nein, ich werde sterben. Ich auch. Alter, ich krieg die nicht tot. Ich krieg die einfach nicht tot. Doch nicht. Einen hab ich tot. Einen hab ich tot. Ja, ja, ja. Ja, beide tot. Alter, jetzt kommt der dritte. Was? Nein, 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 nein. Nein. Alter, was hab ich denn auf der Fünfe ein geiler? Alter. Ich muss dring mal ein Happen essen. Alter, wie geil ein Kabel. Oder ich mein, die Schuhe sind jetzt schon im Arsch. Das gibt's ja gar nicht. Wie schnell sind denn bitte Schuhe im Arsch? Nee, die waren auch schon... Die waren vorher schon kaputt. Ey, geil, Alter, ich hab so einen geilen... Guck mal, wie geil das jetzt aussieht hier. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Warte, ich komm mal runter. Guck mal, warte mal. Ist nix besonderes, aber er macht einen übercoolen Look. Hier, sieh du. Mein Block, Alter, ist mein Block. Okay, wir sollten zusammenbleiben. Vom ersten bis zum sechzehnten Stock. Ach, geil, geiler Helm. Mein Block. Geiler Helm. Vom ersten bis zum sechzehnten Stock. Stock im Arsch, Alter. Ich hab gleich einen Stock im Arsch hier. Kommen wir hier in den Turm eigentlich rein? Nee, ne? Nee, Mist. Problem ist aber, der hat keine Rüstung. Okay, lass uns mal da hinten die anderen Pickus holen. Dann haben wir die Wiese ein bisschen gesäubert, oder? Ja, machen wir Rasenmäher, ne? Ich hab fast das Gefühl, wir müssen was mit den Türmen machen. Nein. Was? So. Aber was? Aber was? Alter, die treffen auch 100% immer ins Schwarze. Jetzt kommt ja wieder so ein... Warte mal. Alter. Okay, ich treffe... Alter! Hey! Du bist raus aus dem Spiel. Äh... Ja. Merk ich auch gerade. Okay, dann wird's ne kurze Unterbrechung geben. Ich bin gleich wieder für euch da. Bist du noch da? Ja, ja. Ich bin noch da und versuche gerade den Bogenschützen irgendwie klein zu kriegen. Komm schon her. Komm schon her. Ich lock den mal... Ich versuche den mal anzulocken. Hallo? Wo ist er hin? Hä? Alter, dieser Lutscher. Wo ist denn der? Ich seh den gar nicht mehr. Da unten im Wasser. Alter. Ey, das gibt's... Du fick doch die Hände, ey. Was? Du fickst die Hände? Das geht mir gerade voll auf den Zeiger, ey. Diese Bogenschützen sind eine Katastrophe. Du kommst ja nicht mal zu denen hin. So sehr schießen die. Nein. Nein. Schon was verpasst. Das gibt's doch... Alter. Leck mich fett. Lecko mio. Toll. Einen Schlag habe ich jetzt die ganze Zeit geschafft. Ich komme nicht zu dem hinten. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Lutscherscheiße hier? Entschuldigung, wenn ich mich gerade mal hart... Ey, der schießt mich hier einfach irgendwo hin. Ach krass. Guck mal da oben. In den Türmen auf den... Schon wieder Bogenschützen. So, liebe Freunde. Ich hatte gerade einen kleinen Absturz. Die Leute haben es ja bemerkt wahrscheinlich. Deswegen bin ich jetzt wieder hier spiele. Es hat sich verabschiedet. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Aber ich habe meinen Nightbringer immerhin. Und wo ist jetzt der Gron? Ich versuche gerade, mit Bogen gegen die Bogenschützen anzukommen. Ich bin auch gerade... Das doof ist natürlich, wer jetzt Synchron schaut bei uns, der wird natürlich jetzt einen kleinen Schützen haben. Der muss das vielleicht gerade angleichen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Husk... Alter, was war das denn für eine Bogenschütze? Alter, das sind krasse Bogenschützen einfach. Ja, Venom Husk ist ja auch hier ein Hölzchen einer netten Waffe. Der ist ja auch ein Dealer-Bogen. Ist ein Dealer-Bogen. Voll der Bogendealer. Alter, was ist mit diesen komischen Skeletons hier? Das ist echt eine Katastrophe. Ich krieg den auch nicht klein, Mann. Boah, das ist doch zum Kotzen. Der schießt mich immer weg. Ich reg mich auf über den Spacko, ey. Ja, und wie gesagt, wer jetzt kurz hier Synchron schaut, der muss vielleicht angleichen. Ich fresse deine Nachgeburt. Das kann doch nicht sein. Was? Du frisst deine Nachgeburt? Ihhh. Das hat doch Tom Cruise gemacht, ne? Ach ja, ihhh. Ihhh, ja, stimmt. Alter, der Bogenschütze ist echt krass. Ich glaube, der hat auch das... Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, hatte ich auch, hab ich das... Was hältst du eigentlich von Scientology? Och nö, ach komm. Nicht das... Alter! Ja, wo wir gerade bei Tom Cruise sind. Vielleicht kann ja, vielleicht ist ja einer von der Community. Nein, 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 bitte keine, bitte kein tiefgreifendes Gespräch. Und bitte nicht, schreib's in die Kommentare. Schreib's in die Kommentare. Nein, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Beim Gronkh. Wir haben hier gerade ganz andere Probleme als Scientology. Ich bin gleich tot. Alter, wie springt denn der da? Die können auch zwei Blöcke hochspringen, die Viecher. Was für Mega-Zombies und mein Schwert hält auch nicht mehr so lange. Ja, wo bist du denn eigentlich, du Waschlappen? Ja, ich versuche hier gerade zum ersten Turm zu kommen und werde ständig zurückgestoßen von irgendwelchen Viechern, du Pimmock, ey. Du alte Getreidewurst. Ey, das gibt's gar nicht. Die stoßen einen 10 Kilometer zurück. Ja, ich bin hier am Kämpfen gegen diese Sido-Verschnitte die ganze Zeit. Ja, die sind ja easy, aber diese Bogenschützen, die treiben mich in den Wahnsinn. Ja, die sind mies, ich weiß. Die treiben mich echt in den Wahnsinn, ey. Ich drehe hier gleich am Rad. Das gibt's doch nicht. Schon wieder Venom hast du. Ja, und schon wieder der Venom hast du. Willi. Aber das Gute ist, wir sind jetzt zusammen hier. Und wenn ich Willi... Oh, du hast keine... Ich weiß, warum du so schnell stirbst. Hab ich keine Rüstung? Du hast keinen Helm mehr. Geil. Aber ich hab da zum Glück noch den anderen Helm mitgenommen. Krass, aber der war noch... Ja, clevererweise. So, warte, warte, warte. Alter, und ich hab keine Leggings mehr, wo ich das gerade sehe. Alter, das ist ja übel. Das sind aber auch zwei. Das sind jetzt zwei Bogenschützen. Meine Hose... Ey, die Sachen kaputt gehen. Das ist unglaublich. Okay, warte mal. So, warte, 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 warte. Alter, ich versuche gerade gegen einen einzigen... Was weh? Hier, den Bogenschützen versuche ich gerade. Hau den mal bitte weg. Und weh, du kriegst den Venom-Hast-Bogen, dann hau ich dich. So, Alter. Ey, die haben mich so wahnsinnig gemacht. Ach, drei Bogenschützen waren das. Ich hab die Krise gekriegt, Leute. Da vorne sind noch mehr. Hier. So, hab ich jetzt wenigstens... Wenn du ruhig vor. Ich krieg nicht mehr den Venom-Hast-Bogen. Wenn du ruhig vor, damit du mit Pfeil abkommst. Nee, warte, warte, komm mal mit, komm mal mit. Das macht doch keinen Sinn, den zu holen gerade. Der Venom-Hast-Bogen. Nee, das war nicht der... Hier ist ja noch einer irgendwo. So, komm mal nach oben zum Turm. Wir müssen auf jeden Fall die Türme einnehmen. Da bin ich 100% sicher. Ja, aber wie ist die Frage? Ich hab's ja probiert, einen Bogen eben. Das wird sich gleich zeigen. Ach so, hast du auch... Ja, aber da reinballern. Ja! Ja, das funktioniert. Tatsächlich. Hab ich richtig gedacht und du auch ausnahmsweise mal. Kimme und Korn. So, da hinten ist noch ein Bogen. Den auf der Insel da oben. Da oben ist noch ein Tower da oben. Ja, den müssen wir natürlich auch noch holen. Ja, mal gucken, dann müssen wir wahrscheinlich von oben... Da oben ist noch ein Bogen. Wo ist ein Bogen? Nein, ein Turm. Da oben ist ein Turm. Da müssen wir wahrscheinlich den Wasserfall hochschwimmen. Und hier in der Höhle ist noch ein Turm. Nee, wir können an der Seite auch hoch. Da bin ich ja eben auch hoch, um dich zu kippen. Ah, okay, okay, okay. Hilfe fehlt, aber jetzt... Ah. Der ist down. Super! Okay, dann gehen wir mal den Hügel hoch... Warte mal ganz kurz zum Brunnen gehen und dahinter ist auch noch irgendwie Stein oder irgendwas. Sehe ich das richtig? Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Nee, da kommt man nicht rein. So, und da kommt man wieder nach oben, okay. Ich muss erst mal... Ich muss erst mal meinen... Nein! Nein! Alter! Nein! Noch ein Bogenschütze, nein! Alter, der verprügelt mich hier. Hier ist ein Bogenschütze, alter! Boah, Gott sei Dank. Alter, die machen so ein Damage, dass meine Rüstung einfach in Sekundenschnelle den Geist aufgibt. Ja, meine Rüstung ist auch fast komplett weg. Komplett. Und dann noch... Ich hab das gewusst, hab ich mir noch mehr Rüstung eingepackt. Das Lustige ist, damit müssen wir noch in den Endkampf, ne? Das war ja noch nicht mal der Endkampf. Das sind ja alles nur die... 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 Spielgegner hier auf Easy. Wir spielen auf Easy. I-i-easy. Ja, ey, das muss man sich mal reinziehen. Aber Easy, wir sind auch nur zu zweit, ne? Also, wer normal oder schwer spielt, der spielt natürlich zu viert oder so. Weiß ich gar nicht, aber die ist auf jeden Fall zu zweit ja ausgelegt. Du kannst ja auch mit mir spielen, deswegen sind ja so viele Quest-Locks auch da und so. So, mal gucken, ob ich den kriege von hier aus. Muss doch möglich sein. Sag mal... Ich treffe doch rein! Na also. Das müsste der letzte gewesen sein. All corrupted crystals are destroyed, weiß der Server zu erzählen. Oh oh. Nein. Huch! Äh. Hä? Hä? Nein! Nein! Das ist der Endgegner. Nein! Mither! Nein! Nein! Und unsere Rüstung ist fast im Arsch. Vorsicht! Nein! Alter! Alter! Wo ist er? Da ist er! Da oben! Ah! Ich muss jetzt mal gerade den einen Vogel hier wegfettig machen hier. Dann nervt der Tiere. Stirb endlich, du kleines Scheißvieh! Alter, da hängt ja ein Baum fest. Das ist ja super. Wie, wie, wie lustig ist das denn? Alter! Oh! Wie lustig! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich greife dich an! Beste, er stirbt! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ja! Super! Das war aber bestimmt noch nicht der Endgegner. Alter, wir haben einen tollen Neter-Stern bekommen. Und wir haben wieder Corrupted Crystals, das heißt, wir müssen schon wieder die Türme befreien. Das heißt, wir haben wieder Bogenschützen. Was macht der denn da, Alter? Voll der Ballerina-Tänzer. Weißt du, weil wir scheißen jetzt mal einfach auf die Bogenschützen. Ja, 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 denke ich auch. Wir ballern einfach mal diese Scheiß-Tower weg jetzt. So gut war das eben von... Dann müssen wir bestimmt noch eine Runde gegen die bestehen, weil sonst sind unsere Rüstungen sowas von im Arsch, wenn wir uns jetzt wieder in einen normalen Kampfwagen. Kampfwagen? Kampfwagen? Hey, was fährst du denn? Ja, ich fahr einen Kampfwagen. Panzer. So, hier ist ein Brunnen, den... Hä? Was denn? Oh, ich esse mal was. Den da oben krieg ich irgendwie nicht. Ich hab einen schon zerstört. Nur zur Info. Ja, hab ich schon gesehen, ich stand ja daneben. Welchen kriegst du nicht? Ah, super. Der auf der Insel ist auch platt. Okay, nee, da unten. Der unten ist platt und in der Höhle ist noch einer. Den schnapp ich mir. Nimmst du den in der Höhle? Warte, warte, warte. Du wirst gleich mit dem Bogenschützen Probleme haben. Wir sollten zu zweit bleiben. Okay, der ist down. Okay. Ah, der ist für Bogenschütze. Ja, genau. Genau, das meine ich. So, jetzt spielen wir mal mit dem Pingpong hier. Alter. So. Der ist trotzdem übelst heftig. Muss man schnell was fressen. Dein Steak. Die Frage ist, ich glaube, wir gehen nicht hinten am Wasserfall lang, sondern außenrum. Da, wo du auch langgegangen bist. Ja, genau. Von hier kriegen wir den dann super. Hier ist doch gut. Ach, super. Tja. All corrupted crystals are destroyed. Und wir kommen bestimmt gleich wieder zurück. Jetzt werden wir wieder rübergebeamt. Ach, nee. Schatten-Action wieder, Alter. Okay, ich gehe hier wieder zum Dingens. Halt, geh noch drüben. Ich gehe auf die andere Seite. Genau, 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 genau. Aua. Meine Hells ist gerade Shades of Grey. Ich nutze mal ganz kurz die Gelegenheit. Was denn? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Scheiße, Mann. Nein, tot. Fuck. Hä, bei mir stehst du dann auch. Das ist meine Rüsten. Achso. Vorsicht, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Meine Schuhe, ich hatte drei Paar Schuhe mitgenommen. Die sind alle im Arsch. Muss man sich mal geben. Nightmare World ist open. Wir kommen jetzt in die Albtraumwelt. Auf drei? Ja, eins, zwei, drei. Ach du Scheiße. Huch. Ich gehe wieder in dir. Alter, Alter, wie krass das denn? Okay. Oh, 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 oh. Selbst spiel, selbst Glück hier. Komm, zack. Bam. Schnell die Tower zerstören. Ich kümmere mich um die Tower. Nein. Geh gleich drauf. Ach, scheiße. Alter, ich brenne direkt vom Startring. Alter. Wir müssen schnell die Tower zerstören. Ja, warte, warte, das kann ich gerade nicht, wenn mich die Zombie-Pigmen hauen. So, ich habe gerade mal einen, einen, einen Gas getötet. Ey, wo sind denn noch Tower hier? Da oben ist einer. Da komme ich mir gar nicht dran. Wie soll ich denn bitte? Ach, du Scheiße, du bist wieder tot. Alter, wieso kriege ich den nicht? Alter, wirst du mich verarschen? Wir müssen die Tower ablettern. Alter, ja, ich komme hier gerade zu nichts und ich brenne und ich kriege die Dinger nicht kaputt, diese Wichser. Ey, schon wieder tot. Boah, das gibt es doch gar nicht. Alter, kann ich aber aufhören zu brennen, bitte? So, der Tower ist auch zerstört. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Die anderen sind ziemlich weit oben. Ja, ich bin auch schon gestorben, mir fast. Alter, und ich komme hier rein und sofort geht es wieder los. Alte Scheiße. Wer soll denn das schaffen? Alter, das ist voll überzogen. Das ist doch völlig übertrieben, Alter. Alter, ich sehe nichts mehr. Ja, du brennst doch vor allem direkt. Wir müssen einfach nur, wir müssen einfach nur diese Tower. Alter, was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Wer soll denn das schaffen, ohne zu sterben? Wo ist denn der letzte Tower? Da oben. Alter, ich sehe den, Alter. Ich sehe den gar nicht. Ach, da oben. Alter, ich bin schon tot, bevor ich überhaupt... Da kommen wir doch nicht dran. Wie soll man denn dann drankommen, bitte? Tot. Alter, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch ein Witz. Alter, das ist doch ein Witz. Tot. Ach ja, natürlich. Dürfen wir auch am laufenden Band. Ja, nö, hier ist... Bei mir ist alles easy. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Alter, ja, ich auch. Geil. Tot. Alter, leck mich fett. Alter, wir müssen schnell den Tower verschönen. Ich finde den Tower nicht mal. Ich krieg nicht mal... Ich hab nicht mal Zeit, den Tower zu finden. Da oben ist das. Das ist dieser Schatz. Ja, aber ich weiß nicht, wo der vom Startpunkt aus ist. Alter. Ich komm rein, bin tot. Mehr passiert nicht mehr. Ja, aber ich auch. Meine Rüstung ist komplett weggeburned. Tot. Ja, tot. Tot. Noch nicht ganz, aber fast. Tot. Ich kalt jetzt auch gar nichts mehr aus, weil meine Rüstung einfach so tot. Ja, ja, Dieter, Alter, das gibst du auch gar nicht, ey. Tot. Alter, was ist das denn? Ich komm rein, bin sofort tot jetzt. Ich auch tot. Äh. Warte mal. Wir können das nicht mehr schaffen. Warte mal gerade. Wir können das gar nicht mehr schaffen. Nee, lass mal kurz. Oder willst du warten, bis das Feuer weg ist? Ja. Alter, ey. Ich... Das Feuer geht nicht weg. Aber so kann man das doch gar nicht mehr schaffen, so null. Nee, ich weiß vor allem nicht. Tot. Alter, das könnte ich gar nicht mehr schaffen. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's ja gar nicht. Probier rauszukommen und sterbe sofort. Ja, ich auch. Alter. Ey, wir haben verkehlt. Ja, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich bin tot. Aber egal, ich hab ein paar Somni-Pickman mitgenommen. Wir müssen die Somni-Summel. Nein. Das sind aber zu viele Somni-Pickman. Ich hab die jetzt mal weggeholt. Oh. Okay, wir fighten einfach bis zum Ende, oder? So. Banner hier weg, hier. Alles. Alter, kommen immer mehr. Die respawnen noch am laufenden Band. Ich hoffe, du hast Unrecht, denn ich versuche hier gerade die Gas wegzuhauen. Und das scheint zu funktionieren. Nee. Warte, 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 warte. Alter, ich werde hier aber laufen. Boah, Alter, Alter. Jetzt haben sie mich. Ich hau hier einen Big Man nach dem anderen Platz, aber... Ich hau hier gerade die Gas weg. Ich probier's zumindest. So, jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Alter, wir müssen auf jeden Fall die... Was zum Teufel? Ich würde gerne mal wissen, ich würde gerne mal wissen, wo das Ding ist. Das Problem ist, ich hab nachher dann mal das Problem, dass wir wahrscheinlich gar keine Dings mehr haben hier. Aber wir können's schaffen, wir können's schaffen, wenn wir nur wissen, wo wir reinschießen müssen, wo das Ding ist. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist da ganz oben. Ich find das alber nicht mehr. Ich seh das alber nicht mehr. Ach da. Das ist da ganz oben. In so'n Fels. Ach da. Alter, wie soll ich denn da... So weit reicht noch kein Bogen. Alter. Alter, geht schon wieder los. Ja, ich bin schon wieder direkt drüber. Wir müssen die Schweine da wegkriegen. Wir müssen die Schweine vom Spawnpunkt wegkriegen. Gut. Wir müssen die Schweine vom Spawnpunkt wegkriegen. Alter, hör auf. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Witz, Alter. Das geht doch überhaupt. Das geht, das ist doch ein Witz. Ja, 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 ja. Ich hab's selbst... War mich vernichtet. Okay, ich bin gleich aus der Zone raus. Alter, das gibt's nicht. Komm schon. So weit reichen die Feine überhaupt nicht. Ach, scheiße, Mann. Scheiß die Wand an. Nein, nicht schon wieder. Das Problem ist, das ist immer noch nicht der Endgegner. Und wir haben keine Rüstung mehr. Wir haben gar nichts mehr. Dann müssen wir uns geschlagen geben, ne? Nee, gar nicht. Seh ich nicht ein. Komm schon. Ah, du Scheiße. Alter, kommt immer mehr. Boah, scheiße. Ich bin auf der falschen Seite. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Problem sind die Zombie-Pigmen hier am Spawnpunkt. Alter, 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 Alter. Das ist doch ein Witz. Warum hab ich nur noch vier Pfeile? Also, ich kann gleich... Alter, das ist doch ein Witz, Alter. Wie kommt man denn da hoch? Es gibt doch keine Höhle oder irgendwas, ne? Hilfe! Boah, ich hab ein Blatt gemacht. Ja, ein hab ich auch gemacht, aber das hilft nicht. Nee, Gas. Halt, du musst eine Maus feilen. Ach, da. Alter, das... Boah, ich auch. Alter, das gibt's gar nicht. Ich... Ich krieg einen Aggro-Pig, das verfeinigt, ey. Alter, das gibt's doch nicht. Hilfe! Wir machen gleich ein Witz. Ich mach einen Witz. Ich mach einen Witz, Alter. Fick dich doch in die Hölle, ey. Alter, das gibt's nicht. Alter, ich krieg da echt zu viel. Das gibt's nicht. Egal, wo ich hinlaufe, ich bin sofort tot. Ja, ich auch. Und ich hab 15 Millionen Fickling getötet. Das bringt gar nichts. Nee, bringt auch nix. Und wo will ich dann hinschießen? Wo will ich dann hinschießen? Wir müssen uns geschlagen gehen. Das schaffen wir nicht. So, warte mal. Ich bin jetzt hier ein bisschen in Sicherheit. Hoffe ich. Ja. Ich bin gerne das Kanonenfutter und sterbe weiter. Ich hab auch genug Pfeile. Bringt das was, wenn ich jetzt dagegen schieße? Alter. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ich bin noch nie in einem Spiel so oft gestorben wie dieses. Ich frage mich, ob wir da oben hinkommen. Wenn ich jetzt da hochhüppe, das geht bestimmt nicht. Außerdem bin ich dann auch Kanonenfutter. Hier im Turm ist man ein bisschen in Sicherheit. Aber das Problem ist, ich komm da nicht da oben rein. Na, ich halte irgendwie durch. Ich werde hier weiter niedergemetzelt. Aber ich mach mal das Kanonenfutter. Okay, damit wir nicht auf dich gehen. Die gehen hier auch auf mich gerade. Das bringt einfach gar nichts. Ich bin auch gestorben gerade. Ach ja, scheiße. Wir haben Spawnpunkt allesamt. Ja, ja. Das geht gar nicht. Alter, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das gibt's nicht, Alter. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ja, Emil ist es gern, wenn ich mehr schaffen. Alter, das ist echt. Boah. Na geil. Trank ausgesoffen, trotzdem gestorben. Ich hasse das. Das ist noch schlimmer. Und das ist meine ich ernst, als die Silent Hill-Karte bei Left 4 Death. Na ja, na ja, na ja. Wenn man nicht brennen würde ständig, wäre es ja noch ganz normal. Spawn-Gas umgebracht. Alter. Alter, die spawnen alle neu. Da finden kannst du viele Töten wieder sehen. Ja, 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 ja. Deswegen heißt es ja wahrscheinlich Nightmare-Map. Meinst du, das ist so? Ich glaube, das gehört sich so. Ich hab die Tower alle geflättet. Ja, aber wir kommen als eine Ding nicht ran. Und das Problem ist, selbst wenn ich abhaue, ich brenne sofort und bin tot. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Alter, das ist mir zu doof. Das ist wirklich die Albtraum-Map. Muss man sagen. Das ist wirklich die Nightmare-Map. Das ist der Albtraum. Das ist der Horror, Alter. Ich kriege jetzt so viel. Ich kriege den Affen. Vor allem ohne Rüstung. Das gibt es doch gar nicht. Selbst wenn ich aber eine Rüstung hätte, ich könnte es ja nicht mehr ausrüsten. Nee, das geht auch gar nicht. Einmal sofort tot sind. Okay. Ich glaube, wir müssen uns geschlagen geben. Sehe ich nicht ein. Der Horror hat uns eingeholt. Sehe ich nicht ein, ja. Das muss doch schaffbar sein, irgendwie. Ich weiß nur nicht wie, weil ich komme keinen Meter weit. Nee, ich auch nicht. Guck mal, guck mal, der Jet. Ja, ja, ich sehe es schon, die ganze Zeit. Am wechseln. Alter. Ich komme rein, bin sofort tot. Sofort. Nein, es reicht mir. Ich lebe auf. Okay, pass auf. Wir probieren das bei der nächsten Aufnahme. Dann beruhigen wir uns erst mal wieder und probieren es in der nächsten Aufnahme, oder? Ja, jetzt auch lang genug. Wie, halbe Stunde oder so ist die Folge, glaube ich, jetzt. Ja. Alter, ey. Irgendwie muss das gehen. Das muss irgendwie gehen. Also bis jetzt lief es eigentlich gut. Bis jetzt. Ja, super, lieber. Also bis jetzt. Bist du zur Albtraumwelt, aber vielleicht heißt die genau deswegen so. Alter, die Geräusche. Sehr häufig gestorben. Die Geräusche allein die ganze Zeit immer. Also für die nächste Adventure-Map muss ich mich auf jeden Fall besser aussuchen. Dann müssen wir auf jeden Fall klüger vorgehen. Naja, naja, naja. Okay, auf jeden Fall. Das konnte ja keiner ahnen. Nee, wusste auch keiner. Auf jeden Fall machen wir auch eine Aufnahmepause. Wir spielen schon drei Stunden. Und ich muss jetzt gleich noch was richtiges aufnehmen hier. Okay. Alles klar. Wir sehen uns dann in Kürze wieder. Bis dahin. Bis später. Entweder in der nächsten Folge oder bei einem anderen Adventure-Map. Tschüss. Also, bis später. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.